In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Abstand Windschiefergeraden mit Hilfe einer Hilfsebene bestimmen kann. Das ist einer der drei wichtigsten Lösungsansätze für dieses Problem und zwar einer der schnellsten. Tutorials zu den anderen Lösungswege findet ihr am Ende im Abspann. Bevor wir uns das Ganze schrittweise anhand einer Beispielaufgabe anschauen werden, will ich zuerst diesen Lösungsansatz anhand einer Planskizze kurz erläutern. Wir haben also zwei Windschiefergeraden, hier schematisch dargestellt mit G und H. Bei diesem Lösungsansatz tut man eine dieser Geraden, zum Beispiel H, in eine Ebene, sodass die andere Gerade G parallel zu dieser Ebene liegt. Weil die Gerade G und die Ebene E parallel zueinander sind, heißt das indirekt, dass überall der gleiche Abstand herrscht. Und weil H in der Ebene E liegt, wird der Abstand zwischen G und E identisch sein mit dem Abstand der Windschiefergeraden. Also müssen wir praktisch nur den Abstand zwischen der Geraden G und der Ebene E ausrechnen. Und das kriegen wir sehr einfach hin, indem wir einfach einen Punkt von G wählen, zum Beispiel den Stützpunkt und von diesem Punkt aus den Abstand zu der Ebene E ausrechnen. Beispielsweise mit der hessischen Normalform. Das wäre dann der kürzeste Lösungsweg. Mir ist ja klar, dass für den einen oder anderen von euch diese kurze Wegbeschreibung zu kurz war. Deshalb schaut euch gleich die Beispielaufgabe an. Ich glaube spätestens dann klärt sich die Sache. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wir haben dann zwei Windschiefergeraden, G und H, und wir möchten den Abstand dieser Windschiefergeraden bestimmen. Für besseres Verständnis werde ich noch für die einzelnen Schritte dieser Plan-Skizze benutzen, die wir bereits angeschaut haben. Und für den Fall, dass ihr euch erinnert, wir haben ja gesagt, als erstes brauchen wir diese Hilfsebene. Und anhand der Plan-Skizze haben wir entschieden, dass die Gerade H in dieser Ebene liegt. Das wäre ja auch unser erster Schritt. Hilfsebene auch stellen, so dass H in der Ebene E liegt und G parallel zu E ist. Natürlich kann man das Ganze auch andersrum machen, dass G in der Ebene liegt und H parallel zu E ist, aber man muss ja am besten, man entscheidet sich für einen Weg und den zieht man immer durch. Außerdem haben wir vorher erwähnt, dass wir irgendwann mal den Abstand zwischen Punkt P und Ebene E bestimmen werden. Und für Abstandpunkt Ebene braucht man auf jeden Fall eine Ebene, entweder in normalen Form oder Koordinatenform. Egal, welche dieser Form wir nehmen oder wählen, wir brauchen einen Normalvektor. Deshalb versuchen wir uns anhand dieser Plan-Skizze, diesen Normalvektor vorzustellen. Also, der wird natürlich so aussehen. Und dieser Normalvektor steht natürlich orthogonal zu der Ebene unten. Das ist ja klar, sieht man auch am Schaubild. Aber, weil die Gerade G parallel zu der Ebene steht, dann wird dieser Normalvektor ebenfalls noch orthogonal zu der Geraden G sein. Das bedeutet, dieser Normalvektor steht einmal orthogonal zum Richtungsvektor der Geraden H und gleichzeitig noch orthogonal zum Richtungsvektor der Geraden G. Das hilft uns ein bisschen weiter. Und zwar, um N zu bestimmen, müssen wir dann einfach nur das Kreuzprodukt zwischen den zwei Richtungsvektoren bilden. Also, das sind die Richtungsvektoren der Geraden G und H. Und das Kreuzprodukt oder Vektorprodukt zwischen diesen zwei Vektoren ergibt genau unseren Normalvektor. Und das ist auch unser erster Schritt. Also, ich schreibe es zuerst als Ansatz hin. N ist dann das Kreuzprodukt zwischen dem ersten Richtungsvektor, der von G, und dem Richtungsvektor der Geraden H, 2, 0, minus 1. Ja, bei diesem Kreuz- oder Vektorprodukt gibt es mehrere Möglichkeiten, es auszurechnen. Ich werde jetzt so die klassische benutzen, wo man diese zwei Vektoren zweimal untereinander schreibt. Und das Ganze dann über Kreuz miteinander multipliziert. Ihr könnt auch die Formel nehmen oder andere Eselsbrücken, was auch immer ihr im Unterricht gelernt habt. Also, jeder Vektor wird zweimal untereinander geschrieben. 2, 0, minus 1. Nochmal 2, 0, minus 1. Die erste und die letzte Zeile wird weggestrichen und dann fangen wir an, über Kreuz zu multiplizieren. Also, erstmal 1 mal minus 1 sind minus 1. Dann kommt immer Minuszeichen und minus 1 mal 0 sind 0. Danach können wir zusammenfassen. Minus 1 mal 2 sind minus 2. Minus 4 mal minus 1 sind minus 4. Und die letzte Runde. 4 mal 0 sind 0. Minus 1 mal 2 sind 2. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir ja unser Normalvektor und der lautet minus 1. Dann haben wir minus 2 plus 4 sind natürlich 2. Und minus 2. Und den trage ich auch hier als Ergebnis ein. Gut, also, wir wollen eine Ebene aufstellen und wir haben jetzt schon ein Normalvektor dafür. An dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stellt mal eine normale Form auf oder eine Koordinatenform. Ich werde mich jetzt für eine Koordinatenform entscheiden, weil es einfach ein bisschen einfacher zu rechnen ist. Das heißt, zur Erinnerung, bei einer Koordinatenform sind die Koordinaten des Normalvektors einfach die Koeffizienten vor x1, x2 und x3. Das heißt, die Ebene sieht dann automatisch so aus. Minus 1 x1 plus 2 x2 minus 2 x3 ist gleich b. b ist noch eine Unbekannte, die wir jetzt noch bestimmen müssen. Und an dieser Stelle müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, wir haben bis jetzt nur den Normalvektor und wir müssen die Ebene bestimmen, wo die gerade h drinne liegt. Und dafür, um einen passenden Wert für b zu bestimmen, nehmen wir den Stützvektor von h. Also, das hier ist der Stützvektor von h. Das kann man auch als Ortsvektor von einem Punkt sehen. Ich kann ihn auch als Punkt s von Stützvektor bezeichnen und der hat die Koordinaten 0, minus 4 und 8. Und dieser Punkt wird jetzt in dieser Ebene eingesetzt, um einen passenden Wert für b zu bestimmen. Damit haben wir dann minus 1 mal 0 plus 2 mal minus 4 minus 2 mal 8 ist gleich b. Und das Ganze kann man noch zusammenfassen. Das ist 0. Hier habe ich minus 8. Hinten habe ich minus 16. Minus 8 minus 16 sind minus 24. Und somit haben wir auch einen passenden Wert für b und können die Ebene nochmal hier an der Seite sauber hinschreiben. Also, die Hilfsebene, die wir gebraucht haben, lautet minus x1 plus 2x2 minus 2x3 ist gleich minus 24. Und das war ja schon der schwierigste Teil eigentlich. Jetzt, im zweiten und letzten Schritt, müssen wir nur noch den Abstand zwischen dem Punkt P. Dazu können wir zum Beispiel den Stützvektor von G wählen und die Ebene E. Natürlich mit der hessischen Normalenform. Es geht am schnellsten. Gut, zur Übersicht schreibe ich nochmal kurz die Sachen hin. Also, die Ebene. Nun nochmal kurz von oben abgeschrieben, damit wir sie gleich verwenden können. Minus x1 plus 2x2 minus 2x3 sind gleich minus 24. Und dieser Punkt P, beziehungsweise Stützvektor von G, haben wir hier an dieser Stelle. Das ist minus 1, 3 und 5. Schreibe ich noch als Punkt hin. Wir hätten an dieser Stelle zwei Möglichkeiten gehabt, wie bereits erwähnt. Ich hätte jetzt auch die normale Form aufstellen können. Ich habe mich jetzt für die Koordinatenform entschieden. Das bedeutet, wir brauchen auch die passende hessische normale Form. Zur Erinnerung, rechts unten die Formel abgebildet. Die Formel war ganz einfach zu verwenden. Oben ein Zähler, wird der Punkt P in die Ebene eingesetzt und unten wird die Länge des Normalvektors bestimmt. Also, das machen wir jetzt auch. Wir sagen dann einfach D. Der Abstand ist gleich. Also ein Zählerpunkt P einsetzen für x1, x2 und x3. Wir haben dann minus 1, Klammer auf, minus 1, plus 2 mal 3 und minus 2 mal 5. Und die minus 24 von der rechten Seite wird mit plus auf die andere Seite gebracht. Und dann haben wir hier entsprechend plus 24. alles im Betrag und das Ganze durch die Länge des Normalvektors. Das heißt für uns Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat, die Summe davon. Die negativen Vorzeichen kann man auch ignorieren. Wenn wir was hoch 2 nehmen, wird sowieso alles positiv. Deshalb haben wir 1 Quadrat plus 2 ins Quadrat plus nochmal 2 ins Quadrat und jetzt fassen wir alles zusammen. Oben im Zähler minus minus 1 ist plus 1, 1 plus 6 sind 7 und 7 minus 10 sind minus 3. Dann am Ende noch plus 24, also haben wir nur 21. Das ist eine positive Zahl. Die Betragsstriche werden jetzt nicht mehr benötigt. Und unten im Nenner haben wir Wurzel aus 9. Wurzel aus 9 sind natürlich 3. Und wenn wir jetzt das Ganze ausrechnen, haben wir 21 geteilt durch 3 sind natürlich 7. Und das sind offiziell dann 7 Lenkneinheiten und das gleichzeitig von uns gesuchte Abstand zwischen dieser 2 Windschiefe geraten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wie ihr bereits gemerkt habt, ist das ein relativ kurzer und schneller Lösungsweg. Allerdings darf man ihn nicht immer anwenden. Es hängt von der Aufgabenstellung ab. Dieser Lösungsweg ist dann anzuwenden, wenn die sogenannten Laufpunkte nicht in der Aufgabenstellung verlangt oder gesucht sind. Dann dürft ihr es nehmen. Also wenn nur der reine Abstand gesucht ist, könnt ihr es problemlos verwenden. Alternativ, wenn diese Laufpunkte gesucht sind, müsst ihr natürlich einen längeren Lösungsweg wählen. In Zusammenhang mit dieses Abstandsproblem gibt es noch weitere Abstandsprobleme, die natürlich von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Abstand.Ebene, was wir auch hier zwischendurch gebraucht haben, beispielsweise mit der hessischen normalen Form, aber auch Abstand.Gerade. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Dann gibt's noch weitere Abstandsprobleme, die natürliche Wir wiedersehen. Und dann gibt's noch doch auch